Jetzt, wir sind glücklich, meine Frau ist wieder da, dann wieder mit Familie leben, weiterleben. Seit fünf Monaten, wir haben nicht getroffen und seit vier Monaten war ich sehr schlecht. Wir waren sehr schlecht, aber jetzt ist alles okay. Ich habe Angst, wenn die Frau wieder nach der Kindheit auslitten, dann kann sie nicht weiterleben. Aber jetzt, wir können normal leben, in Deutschland sehen. Ich freue mich, dass meine Mama gleich kommt. Also, ihr müsst nach Hause kommen, erst dann gehen wir raus. Und dann schickt die Mama weg, die Sauerkannung, öff! Erst dann geht's! Natürlich, aber passt auf die Türen auf. Dann bleibt die Mama auf die Tür. Danke! 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 Vielen Dank für's Zuschauen. Der hat mich sehr gefühlt. Ich bin sehr froh, ich bin sehr froh. Ich bin wieder zurückgekehrt. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh, es war zu verstehen, aber ich habe alles zu hören. Ich bin sehr froh. Besuch'in Herkese, Kursu, Kurum. Aber herkese tek tek teşekkür ediyorum. Bu gece oğluma sarılıp uyumak istiyorum. Ilk defa huzurlu ve rahat. Şu anda yok, buraya geldiğime çok mutluyum. Almanya'da bir yaşamım var, tekrar kavuştum. Vielen Dank.